Okay, äh, nochmal kurz ihre Note. Eileen, oh Gott, sie heißt nicht Emily, ich brauche einen Zettel. Zettel. Ähm, äh, ach, dick. Ich will die ja auch nur noch mal lesen. Ach da. Hi Kat, feel free to use my computer while I'm away. My password is angel love, without the quotes. If you call my friend Dave at 555-2492, he can set you up with some software. Super psyched, blah, blah. That missing username is a bit annoying, but I think I can guess it based off her names. Was sind denn ihre scheiß Names? Alarm-Clock, Bett, kann man die irgendwo lesen? Eileen's girly suitcase. Ah. Mildred Summers. Okay, dann machen wir das Ganze doch jetzt einfach noch mal. Also kombinen wir die floppy disk mit dem Computer. Oh Mann. Muss da bestimmt einfach nur das Passwort falsch eingeben, oder damit ihr Account gesperrt wird. Aber ich hatte halt nicht mal den richtigen Eileen Mildred Summers. Hm. So. Ja. Exit and shut down. So. Let's brocken. Und presto. Good as new. That's perfect. Could you try logging on real quick just to make sure it works? You go ahead. I'll wait. Okay. Schauen wir doch mal. Username. Ähm. Emily Mildred Summers. Äh. Eileen Mildred Summers. Ich versuch mal. I. M. Summers. Weil meistens ist das ja mit den Nachnamen und dann vermutlich mit dem falschen Plus- Pluswort. Äh. Passwort. Äh. Passwort. Damit, äh. Invalid Username. Okay, der Username passt schon wieder nicht. Äh. Einfach nur E. Summers vielleicht. Passwort Klopapier. Passwort Klopapier. Ah, ist klar. Okay, er ist weg. Dann müssen wir jetzt gerade noch mal hier, äh, lesen. Da. Haben wir. Haben wir auch. Das haben wir auch. Okay. Okay, also rebooten wir den Computer jetzt mit der Disc wieder, richtig? Äh. Schauen wir doch mal. Floppy found. Extract admin password. User. Okay. User ist admin. Aufschreiben. Passwort. Get. Get. Okay. Äh. Exit and shut down. So, jetzt rebooten wir den Computer. Mit seinem, mit seinen Angaben da, richtig? Sieht schon mal gut aus. Passwort ist add. Oh Gott, admin. Passwort ist... Get. Woohoo! Welcome Clyde. Networks empty. Dorm. 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 B-Room. Eight. On. Okay. Ähm. Dann... ...müssten wir ja jetzt wieder ausmachen können, richtig? So, das war jetzt alles, was wir tun sollten. Ebenfalls richtig? It's labeled boot. Äh. Achso. Boot, two, three, four, five, six. Reboot and log on using seven. Look for some kind of tool to access it. And remember, if you mess up somewhere, just call Clyde. Okay, sollen wir jetzt den Dude wieder anrufen? Äh, use phone. Äh. Zwei, vier, neun, zwei. Ja. Ja. Guess what? You got it? Hang on. Oh man, I could kiss you! And I'm figuratively dead. I am so gonna get back at Clyde now. What are those admin credentials, by the way? Not telling, buddy. Saving those for a rainy day. Huh. I suppose this nice floppy I've prepared for you stays in my room, then. Sure, then I'll just have to log back on and click that pretty little lock icon again. Hehehe. Now this is just emotional blackmail. Quit pro quo, Dave. Fine. I'll have it dropped off of your room. Goddamn, you're like a she-clyde. A Clyde-ent. Huh. That is the worst insult I've ever heard. Later, Dave. Auch nicht schlecht. So, da kommt wieder was geflogen. Schauen wir doch mal diesmal. Äh, was diesmal drin ist. I'll just get rid of these notes now. I don't need them anymore. Toll. Äh. Open? Ja, ach nee. Floppy disk. Okay. Dann kombinen wir die doch mal mit dem Computer. Glaube ich. Hoffe ich. Und schauen mal. Äh. Remove floppy vom, use computer. Äh, ich weiß, so ein, so ein. Weiß gar nicht. Können wir uns jetzt mit E. Summers wieder, äh, einloggen? Angel. Love. Tools. Voice Forge Image Analyzer Software Installed. Das ist nice. Image Analyzer, das heißt... Äh. Ich würde gerne Dinge hierhin droppen. Ah, Scanner. Empty Scanner. Tools. Oh, dass man hier halt nicht rauskommt. Äh, Scanner. It's some advanced scanner thingy. Ah, okay. It can scan pictures, tapes, all sorts of stuff. Okay. Dann scannen wir doch hoch. Zum einen... Weiß ich nicht. Äh, das Foto. Äh. Geht das jetzt? Bootet der jetzt eigentlich wieder neu hoch an? Nein, wir sind direkt eingeloggt. So. Scanner. Picture. Right. Picture. BMP. Okay, dann droppen wir das doch mal dahin. Frightness Filtering. Das ist gar nicht so schlecht. Äh. Oh. So. Das sieht nicht schlecht aus, glaube ich. Nein. Nee. So. Ich finde, man kann das ganz gut, äh, sehen. Adjust brightness levels. Dunkler wird's nicht. Okay. Aha. What the hell is that? Ball lightning? Äh. I'll print the whole picture for now, but there's probably more to find. Pattern analysis. Fade please. Narrow down. Search area. Äh. Buch. Hier, das vielleicht? Äh. Brightness Animalis form a tilted equilateral triangle. That shape has to be significant somehow. Alles klar. Äh. I don't want to print that part of the image. Ach so. Na gut. Okay. Äh. Gehen wir mal raus. Was haben wir da denn noch? No pattern found. Unusual flower over there, though. Never seen anything like it. Maybe worth printing? Okay. Good idea, but I should probably zoom in all the way. Okay. Äh. Okay. Okay. Huch. Was hat sie gesagt? Scheiße. Äh. Return. So, Voice Forge haben wir ja auch noch. Da können wir dann ja vielleicht... Wir haben ja mehrere Tapes, ne? Dann gucken wir da doch mal. Äh. Scanner. Und jetzt... Micro cassette. Genau. Äh. Ach so. Na gut. Äh. Ach so. Äh. Dieses hier ist es dann, ne? Äh. So. Diese Mausempfindlichkeit. Ich sollte sie halt einfach mal umstellen, ne? So. Computer. Use Computer. So. Eindrufen. Äh. Scanner. Tape. Okay. 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 Ah. Bestimmt. Okay. Found five distinct voices separated into sections. Alles klar. Analysis complete. Okay. Äh. 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 You've reached the rain residence. Leave a message after the beep. Ah. Best boy, bye, call, child, come, Erika. Okay. Analysis complete. Ah, net. Okay. Äh. Erika. Äh. 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 I hope. Listen. Looks maybe. Nothing rain. See. Thankfully. Okay. Okay. Hello, Joseph. Mrs. Rain. It's me. Charles. I thought I'd give you a call. Erika just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. And listen. I was thinking, maybe you'd like to come and visit. And what about your little Cathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways. I hope to see you soon. All the best. Bye. Okay. Äh. Erika. Äh. Äh. Call. Weiß ich nicht. Call? Katie. Weiß ich jetzt irgendwo anhören. Äh. Wer soll ich denn wissen, was ich da schreiben muss? Äh. I should let the recipient know, who is speaking with this voice. Ach so, okay. Clear all. Ähm. Gibt's den? Hello? Erika? Gab's? It's... It's... Äh... Me? Charles. Äh... In please irgendwo? Nee. Äh... Call? Kathy. I should probably mention myself. Kathy Rain. Hab ich doch. Ah. Call Kathy... Rain. Almost. Just a few more tweaks. Toll. Na gut. That should work. Also Erika, it's your father. Call Kathy and... Give her what you want. Okay. Successfully exported voice message to tape. Okay. Quit. Äh. Können wir das hier auch wieder ausmachen. Eventuell sollten wir noch... Die Floppy Disk mitnehmen. So, dann gehen wir jetzt mal ans Phone. Äh. Kann ich... Das... I don't see how those things work together. Ach so. Äh. Moment. Combine... Mit dem. Und... Das mit dem. I don't see how those things work together. Nein? Na gut. Äh. Können wir das... Remove, combine... Buch. So. Not right now. I have the forged message ready for playback. Okay. Das heißt, wir rufen sie die jetzt einfach nur an. Okay. Äh. 7, 6, 4, 1. Äh. Ja, wie denn dann? Ach so. Äh. Mit wem telefoniert sie ihn jetzt? You have reached Erica Wade. Leave a message after the beep. Hi, Erica. This is Kathy Rain. I spoke to your father. He asked me to get in touch with you and said he would call ahead. You can reach me at 555-8352. Bye. Alles klar. Your move, Erica. Your move. Gut. Hätten wir das. Wer kommt da? Ach, Ette. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Soon you'll start stealing my clothes Oh, chill outie. Anyhow, feel free to keep using my computer. I need to do some homework anyway. Nice. Sounds good. I'm sure I found everything in the picture of those lights, but I have a nagging feeling, that they're connected to something I found yesterday. Okay. Okay, jetzt darf ich mich wieder frei bewegen. Ich muss die Aufnahme leider beenden, weil es fängt gerade krass an zu gewittern draußen, passend zu der Stimmung in diesem Spiel. Ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr findet dieses Spiel einfach genauso spannend, wie ich es gerade finde und ich bin so gespannt, was dabei rauskommt. Ihr könnt ja schon mal Theorien in die Kommentare schreiben, das wäre voll interessant. Bis zum nächsten Mal. Tschülü.